Ey! Hör auf! Der, der den ersten rauskickt. Ja! Geil! Ah! Du provozierst mich! Ey! Geh nach! Ja, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Warte meine Worte in Lines. Creator kommt für den Vibe. I Crymax OG. Ihr wisst Bescheid. iPhone Deathrun in Fortnite, meine Freunde und damit. Heyo Leute, zu Crymax hier und heute werden wir einfach mal ein Deathrun durch ein neues iPhone 11 machen. Das könnt ihr jetzt hier auch im Hintergrund sehen. Durch die ganzen App-Stationen und so weiter. Und heute mit dabei, Savile HDX. Einen Moment. Ich mach grad nen Mini-Put. Einen Moment. Ah! Ah! Mein Schienbein! Dein Ei! Was geht ab, Leute? Ja. Auf jeden Fall wird mit Savile dabei. Und Bruder, freust du dich eigentlich schon auf das neue iPhone 11, was bald rauskommt? Ja, wir haben es ja hier schon. Ja, wir haben es nämlich jetzt hier schon von Apple von Steve Jobs schon mal direkt bekommen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare. Steve Jobs lebt nicht mehr. Wie, der lebt nicht mehr? Bruder, das ist mein Vorbild. Sagst du mir. Tim Cock ist der neue. Achso. Der ist echt Tim Cock. Wirklich? Ja, oder Tim Cook. Ich sag halt Tim Cock. Auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auch das neue iPhone holen werdet. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Das sah schon ziemlich cool aus. Und deswegen werden wir jetzt einen Deathrunner durchmachen. Und ich würde sagen, Savile, ich zieh dich jetzt ab. Es geht los. Okay, let's go. Ich hab Frühstart gemacht. Gegeneinander. Ich auch. Let's go. Use Code at Kramix.org in Item Shop. Alter, korrekt, dass der Map erstellt, direkt an meinen Sprecher-Code. So, warte mal. You are now inside the YouTube App. Oha, wehe mein Video wieder auf Trendsplatz 1, Alter. YouTube Studio. Leute, lasst mal einen Like da, lasst einen Kommentar da, schaut das Video durch, damit wir Trendsplatz 1 kommen. Ihr wisst Bescheid. Oh, ah. Oh. Bruder. Ich hab kein Eis bekommen. Nein. Ey. Ich hab am Ende verkackt. Ich hab kein... Ich war auch am Ende. Ai, ai, ai. Karamba. Das auch noch... Nein. Ey. Ich bin zu weit gesprungen, Mann. Ey. Meine Synapsen. Meine Synapsen, Digga. Was für Synapsen, Alter? Ey. Synapsen im Gehirn. Ey. Er springt einfach nicht im Zwerch. Ah. Hast du grad einen Krampf bekommen, oder was? Ja, mein... Oh, oh. Ja, Mann. Geschafft. Nice. Er hat's. Nice. Ey, man muss jetzt auch noch... Also, wenn man jetzt nicht meinen Kanal abonniert, dann werden wir das irgendwie nicht schaffen. Next. YouTube Studio App. Oha, YouTube Studio App. Leute, immer schön Abos checken und so. Analytics. Aha, meine... Ja. Ich hab noch 3 Millionen Views mehr. Subscriber. Oh, okay. Revenue. Alter. Stabiles YouTube Party hier auf jeden Fall am Start. Okay, warte. Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Ja. Nice. Darfst du nicht zu weit springen, damit du dann noch auf... Ja, ich merk's. Ich weiß auch nicht, was du da die ganze Zeit machst. Bin da. Okay, bis hierhin ist Easiness, Leute. Easiness. Next is the X-Hamster App. Ecke, Ecke. Ah, okay. X-Hamster App. Das haben wir nicht schon. Hehehe. Hehehe. Leu, the next epic epic scene. Hehehe. Bruder, willst du grad mein Video nicht schwerfreundlich machen? Ah, das war zu spät abgesprungen. Ich hasse solche Spiele. Ich hasse das. Alter, der Typ hat voll die gute CPN mit 15 Millionen Klicks. Ich schwör's dir, ne? Ich schwör's dir, bei mir ist Hälfte davon, Alter. Okay, ne. Nicht scheiße, aber... Sooo. I Crymax veröffentlicht Dinger. I Crymax veröffentlicht seinen Einnahmen. Bei mir steht Minus 2000. Ich muss an Youtube Dinger zahlen. Und dann gerade halt, ne? Ganz links vom Cube. Ganz links. Damit du die perfekte Gerade hast und dann hier einfach gerade ausspringen. Ja, okay. Ey, ich checke es nicht. Oh mein Gott, hab's geschafft. Hast du? Ja, ja, ja. Ehre, jetzt konzentrier dich für die nächsten Sprünge. Easy. Sind die auch nochmal so assi? Nein. Nice, geschafft. Oh, meine Cam hat voll gestoppt, aber... So Leute, Cam hatte gerade leider gestoppt. Ah egal, weiter geht's. Next ist der Twitter-App. Bruder, wie weit bist du? Wo bist du? Ja, ich warte hier auf... Alter. Jetzt gehen wir rüber zu Twitter. Das ist easy. Okay, jetzt noch einen kleinen Tweet raushauen, Leute. iPhone 11 gekoppt. Ihr wisst Bescheid. Oh, nice. Komm, first run, first run, first run, first run. First run, first... Ey. Hahaha. Ohhhh. Geil. Ah. Ja, dann muss man aber so um die Ecke, ne? So mäßig. Leicht. Amenat, Jackson. Amenat, J-Tubes. Aus dem Lauf nicht vergessen. Let's go. Let's go. Ah, Mann. Ah, Mann. Da war Quallenfischgelee drauf. Ah, ich bin ausgerutscht. So, jetzt. Pass auf. In einem Run. Aha. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Okay, ja. Jetzt da vorne hin. Oh, das sind weiter, Bruder. Hier, ne? Anlauf nehmen. Richtig, richtig Anlauf nehmen. Und dann einfach dahin, ja. Halleluja. Ah. Ja, der ist easy. Er freut sich schon. Hahaha. Okay, komm, Alter. Ist das auch noch hier, Twitter? Ja. Ja, ist auch noch. Digga, wenn du mich gleich blockierst, rass dich auf. Hör auf! Digga, mach nicht wie Philipp! Ey! Hör auf! Oh, danke. Danke. Bruder, lauf du jetzt. Lauf du vor. Ich hab keinen Bock mehr, dass du mich gleich blockierst. Ja! Ah! Ah! Alter, du bist so dummkopf, hör. Jetzt. Soll ich das mal abwechseln, oder was? Geh! Geh schnell! Uh, alter, der war krass. Alter, das ist voll der gute Trick. Kennst du nicht, oder was? Nein, kenn ich nicht. Ja, bist halt ein Anfänger. Bist ein Anfänger? Ich hab grad zwei Stunden auf dich gewartet. Bist halt ein kleiner... Digga, verpiss dich! Ich schwör's dir. Hallo! Hallo! Hallo, grü! Ich schwör's dir, du provozierst mich! Uhhh! Ayy! Ah! Uh-oh-oh! Ich glaub's ja nicht! Nirgends! Oh-oh-oi-i-god! Karma ist da... So ein Pisser, digga! Karma is-da! Karma ladala... Na! So ein Pisser! Aha, du bist auch gestorben, oder? Ich wurde grad auch ver... Und vor allem, Bruder, das war die letzte Flash hat mich Karma genommen... Verpiss dich. Ey! Ich blockiere dich jetzt. Max, hör auf. Verpiss von mir. Lass mich das machen. Ich kann es doch genauso, wenn nicht sogar noch besser. Ich bleibe gerade nur hinter dir und mich so blockiere. Geh, mach du. Ach echt, okay. Mach du, du. Jetzt nur noch du. Du bist du. Weg von mir. Ja, wir haben es. Schade, dass du da nicht gestorben bist. Schade, dass du da nicht gestorben bist. Oh, Snapchat-App. Alter, ein paar Nudes, Junge. Ey, jetzt habe ich Eis nicht bekommen. Danke dafür. Digga, du sabotierst mich in meinem Deathrun, Alter. First run. Guck jetzt, Papa kommt. Aber das ist wieder so wie, ja. Das ist wieder so wie YouTube-App. Weißt du warum? Weil du mir gerade keine Nudes geschickt hast. Deswegen habe ich es nicht geschafft. Hörst du das? Das ist... Ja, hier bin ich. Papa ist da. Max, hör auf. Du kleiner Pizzer. Wer bist du? Next ist TikTok-App. Oh, die ganzen Memes. Cringes, Memes. Hör mal auf. Ja, man muss doch hier rüber. Ah, nee, warte, muss man gar nicht. Verpiss dich. Komm. Der, wo den ersten rauskickt. Ja. Ha. Gadi. Passt wie, das war eigentlich gut, aber, ja, knapp. Ja. Lol, Bro, so ist es einfacher. Lol. So ist es einfacher, Bro. Guck mal jetzt, wie weit du springst, obwohl du da abspringst. Ah, lol, du bist da oben. Ich mach Trick 17. Äh. Also, verarscht du jetzt das Video. Verarscht du jetzt das Level. Okay, dann komm ich auch hoch. Ich hab's grad gar nicht gecheckt. Trick 17, warte, wir müssen den, lass den letzten offiziell machen, okay? Ja, okay. Den letzten machen wir offiziell. Da haben mir einfach grad meine Leute hier einen Live-Chat reingeschrieben. Hier, hier, ich hab so eine richtige Fuchs-Community, ich schwör's dir. So. Und komm, Bruder. Yeah. Nice, nice. Äh, next ist die Spotify-App. Oh, Lieblings-App. Ich bring meine Tracks auf Spotify. So. Wow, nice. Hier sogar mit Musik, Leute, wegen Spotify und so, ihr wisst Bescheid. Ah, man, auch im Desk. Ist zu schnell. Oh, man wird hier... Scheiß schnell, Leute. Ah, scheiß. Hey! Ey! Jetzt noch ein Job. Hör auf, Räuche zu machen, da kann ich mich konzentrieren, da muss ich lachen. Der geht nach links. Der geht nach... Dicke, was soll ich machen? Ich muss jetzt grad ausrasten. Ich kann, äh, Level fuck mich so ab, das Level ist nicht mal schwierig. Ja. Guck mal, Dicke. Als ob ich eine Links-Rechts-Schwäche hätte, Dicke. Machst du jetzt über Leute lustig, die eine Links-Rechts-Schwäche? Nein. Ich muss eh gleich mein Webcam wieder anmachen, Leute, weil meine Kamera-Akku-Gleich der geht. Das seh ich schon. Ja, und dann springt man wieder so weit, Alter, das ist doch... Habe es geschafft, Bruder. Habe es geschafft. Echt? Wetter-App, Wetter-App, ja, nächstes Wetter-App. Okay, nice, nice. Ich warte, ich warte bei dir. Ich bin jetzt beim Bounce-Pad und du sagst, wenn ich auf den nächsten springe, musst du dann direkt weiter. Genau, genau. Du gehst jetzt aufs Bounce-Pad dann gleich drauf und wenn du aufkommst, direkt wieder hochspringen auf diesen anderen Block. Du musst direkt springen, aber schaffst du's nicht. Aber das sind so ein paar Blöcke. Nicht zu weit springen. Welcher ist denn der nächste, wo ich springe? Auf den ersten. Ja, du musst erstmal auf den großen drauf. Check nicht, was du meinst, ja. Bevor du auf den Block landest, direkt wieder hoch dann. Ja, okay, hab's, 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 bin hoch, bin oben. Hast du's geschafft? Ja. Laber nicht. Doch. Alter, krass. Weil ich einfach krass bin. Boah, aber jetzt der letzte Weiße wird hier nochmal richtig ekelhaft, ich seh schon. Digga, gibt's so viele Apps. Hab's geschafft, hab's geschafft, hab's geschafft. Hast du's Level geschafft? Nächstes App Store, nächstes App Store. Ist auch easy, Digga, schaffst du. Nächstes App Store. Einmal hier YouTube-App ziehen. Snapchat-App ziehen. TikTok-App ziehen. Nochmal YouTube, keine Ahnung, weil einmal reicht nicht, nochmal Snapchat. TikTok am Ende räumen. TikTok-Apps, die schief hängen. Alter. Snapchat. Die schaffst du alle, die sind easy. Ja. Let's go, Leute. So machen wir das hier. I-CrimeX OG, ihr wisst Bescheid. Nein. Gleich geschafft. Nice. Talk. TikTok. Okay. Äh, 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 App Store geschafft. Nächstes Fortnite-App. Ja moin. Okay, nice. Bitschle hoch und dann rein. Jawohl, Joso. Easy. Nächstes Level geschafft. So, was? Nächstes Level. Was ist das? iPhone-App. Ah, Telefon. Ist auch einfach. Das ist ja gar nichts hier, Bruder. Gerade eben noch so. Aua. Hey. Nein. Mein Speicher ist leer. Und meine Kamera. Akku. Warte. Eine Sekunde, Jungs. Mädels. Und Girls. Und Boys. Okay, Leute. Ich hab gerade kurz auf Webcam geschalten, weil Kamera-Akku ist leer. Wir sind hier schon eine Stunde wieder am Aufnehmen. Okay. Jetzt iPhone-App hier. Ist auf jeden Fall easy, nes? Digga, was ist das denn, Alter? Ist ja geschenkt, das denn. Okay. Okay. Level ist auch da vorne. Nächstes ist die Clock-App. Also die Wecker-App. Clock. Glock in Marari. Okay. Auch easy. Also die Apps, die Standard-Apple-Apps, die sind ja geschenkt. Oh, Paypal, Leute. Schön bisschen Paypal-Money. Oh, okay. Paypal wird wieder ekelhaft. Ah, wei, wei, wei. Okay, wir haben schon viele schwere Level hier gemeistert. Das hast du schön gesagt. Was ist da diese Paypal-Karte? Digga, musst du genau jetzt hier mit deinem Golfball anfangen? Es hat nichts, es hat nichts zu geändert. Es hat mich aber abgelenkt, weil ich dann darüber geschaut habe. Du warst schon als Sprung da, Digga. Es hat mich aber abgelenkt, weil ich hätte da noch ein bisschen lenken müssen. Ja, verpiss dich jetzt. Das ist noch gar nicht der Kranke hier. Warte. Das ist der crazy Motherfucker hier, ne? Ja. Halleluja. Er sagt den Halleluja. Ja, ich hab's. Ich hab den Sprung. Endlich, Bro. Okay, aber der danach ist, glaube ich, noch mal so einer. Okay, hab's. Check. 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 Check, Paypal. Oh, da kommen die Paypal-Überweisungen rein, Leute. Hier kommst du nicht durch, jetzt. Hier, hier ist Schluss. Verpiss dich das, ey. Egal, wo du jetzt hinspringst. Egal, wo du jetzt hinspringst. Ich glaube, ich. Ich schwöre, wenn du mich jetzt blockierst. Bringst du links oder rechts? Links. Okay, let's go. Verarscht. Links oder rechts? Verarscht. Leute, der ist über mich gesprungen. Verarscht. Woo-hoo-hoo. iPhone 11 gemacht. Thanks for playing. Subscribe to iCramix on YouTube and use code iCramix OG in Item Shop for more. Woo-hoo. Leute, verbrüht den Like, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Checkt auf jeden Fall auch gerne 7up. Der Junge hatte echt Geduld mit mir. Und ja. Dankeschön. Das war das iPhone 11 Dev Run. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Cramix.